Die Astat-Künstler-Kolonie. Ich habe davon gehört, dass sie verschwunden ist. Muss etwa 15 Jahre her sein. Äh, Mosley? Mosik? Franklin. Die werden 9. Und Nora Keef. 294. Ah, das bringt mich nicht. 294, das haben wir jetzt. Danke, dass du es jetzt sagst. Ups, ne. Überholt die. Oh, da ist eins. Moment. 294 haben wir, ne? Das... Ah, besser. 2 wäre das Doppel-C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann Omega am Boden. Und 4 wäre... Kreis. Okay. Hm. 9, 4. Omega am Boden, ne? Ne. Das nicht. Das ist Omega. Ah. Hab es. Zerbrochene Scheibe. Dankeschön. Warum schnaufst du so? Mach auf da. Letze. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Wie lange haben wir braucht? Oh. hehehe iiiiih aahhh unank au au das ist verrottet durch eine Art Fäulnis Alter, das tut dir ja weh was zur Hölle ist hier los ich glaube das habe ich schon irgendwo gesehen denkst du ne oh ich kann die Teile auch drehen dazu hatte ich etwas im Collector Nebenbuch gelesen so nö ah warte mal den gehört da her hast du aber das jetzt nicht das kommt dann hierhin immer noch nicht das ist doch richtig oder ich denke die Uhr ist kaputt gegangen oder sie ist einfach an einer exakt bestimmten Stelle stehen geblieben hm 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 ne in welche Zeit muss ich jetzt ne 3 5 8 das war das letzte Mal ne Nö, falsch. Keine Mut zusammen nehmen, um zu diesem verhassten Hügel beim Ölförderturm zurückkehren. Ich hoffe, dass es dir besser geht, wenn ich zurückkehre. Okay. Äh... Sagt Lottie, dass sie sich den Brunnen im Küchengarten ansehen. Küchengarten ansehen, weil ansehen soll. Okay. Das ist auch nix. Wenn ich da jetzt 294 eingebe. Das ist auch nix. Ich brauche den Schlüssel. Nein, drei, sechs, vier. Nein was? Ich brauche wohl, nein. Ich brauche aber nicht. Ja, ich brauche nur zum nächsten Mal. Ich brauche aber nicht. So. Die Größe. Das war doch der Teppich. Das ist der Kultor vor Jeremies Zimmer. Oh Gott. Ich hätte aber so gern die Schrubflinte. Ich habe es geschafft. Ich bin in einer anderen Erinnerung von Jeremy gelandet. Ich habe es geschafft. Oh, da liegen Fotos. Der war am Boxer. Ist da was versteckt? Oh, das erinnert mich jetzt irgendwie an Alan Wake 2, ne? Die Scheune da hinten. Das war mega geil. Hallo, wie ist denn wer zu Hause? Ja, tritt ein. Üb, ah. Mai 1923, Montag. Alles gut. Bereit für die Lieferung. Wartung, Ölpumpe muss gewartet werden. Wenn damit herumgespielt wird, wird viel verschüttet, wenn keine sachgemäßen Vorbereitungen getroffen werden. Dienstag. Lieferung verzögert, aber abgeliefert. Wartung, Wartungsbrücke so gut wie kaputt. Mittwoch. Schof haben widerwillig zugestimmt, Mr. Hardwood den Grabhügel zu zeigen. Das ist ein Maler, der in der Zeitung über unsere Entdeckung gelesen hat. Er will morgen wiederkommen und einen Weg ins Innere finden. Donnerstag. Mr. Hardwoods Arbeiten dauern länger an. Arbeiter scheinen nervös wegen seiner Anwesenheit. Hardwood hat versprochen, nicht zum Lager zurückzukehren. Stattdessen hat er das Angebot von Kapitän L'Officier angenommen. Er will ihn morgen mit auf sein Boot zu der Anlage bringen. Hoffentlich hat die Sache damit ein Ende und die Arbeit kann weitergehen. Wartung, die Brücke zwischen dem Ölturm und dem Sumpfland ist eingestürzt. Vermutlich Sabotage. Das ist der Teufel, dem wir nun folgen. Wer hat jetzt das geschrieben? Hm. Da war wer nicht begeistert? Alter, da ist nichts drin. Warum kann ich es dort aufmachen? Das ist so unbefriedigend, ne? Alter, schon wieder. Ich verstehe es nicht. Ich brauche den Schlüssel. War ja klar. Äh, äh, ich hänge. Wie machst du die Tür auf? Ist es wie Ellenbrick? Die sind auch so durch die Tür gerümmst. Auch noch ein bisschen schlimmer. Äh. Das Setting ist geil. Ah, und die fliegen. Da ist doch was am Verwesen, oder? So viele, weil die sind. Oder wie man da hört. Oder was? Oh no. Da kommen doch Viechers. Abgeschlossen. Da kommen doch da bestimmt Viechers, oder? Hundertprozentig. Und ich habe einen Platz gefunden. Wo man sich hier einhängt. Ich komme nicht mehr raus. Nein. Nein. Kannst du springen? Jetzt hänge ich wirklich. Oh no. Alter. Nämlich nicht. Und jetzt? Komm doch raus! Haben wir hier irgendwo einen Checkpoint? Nein, äh... Daten! Alter, ist das nervig! Der hängt sich so leicht ein! Okay, hier sind wir wieder. Ich muss öfters speichern, ne? Aber der... Mai 1903 Schleifern Im Alter Untertitelung des ZDF, 2020